Hallo, ich bin der Bruder Hans, ich bin Kapuziner aus Salzburg. Ich stehe da mitten zwischen den Christbäumen vor dem dritten Adventssonntag, der Sonntag der Freude. Und mir kommt da der Gedanke, eigentlich brauche ich keine Angst haben, denn es ist jemand für mich da, der mich begleitet, der in jedem Augenblick für mich da ist. Auch wenn ich enttäuscht bin, wenn ich Freude verspüre, da ist jemand für mich da, der mit mir geht, der mit mir fühlt. Und das ist doch ein Grund zur Freude am dritten Adventssonntag. Ich wünsche euch eine freudige Zeit noch im Advents.